herzlichen willkommen zurück leute gda neue klasics dann rennen mit dabei sind anna horner judy kabuze kundan mario payne alex und eine neue rennen es gibt genau acht neue rennen das passt perfekt in klassikars das ist das auto von mr beam die grün brauchen wir noch eine grüne fahrer kommen rückfallzieher das wollte ich gerade sagen den rückfallzieher wer ist der doof wird der hiel zeigt alle den mittelfinger und zacklo damit langsam rennen sie mir viel lieber da komme ich viel besser runter langsam oh er ist noch runter gefahren ich glaube er muss immer zu langsam wir sind mit dem ding noch gar keine kurve vollgas anna anna ich wollte anna nicht ich wollte sie weiter drehen sie ist ja nicht raus danke ich wollte sie nicht finischen ich wollte sie weiter drehen ich kann ja ich muss mein rennen dann gleich mal mittelfinger zubeleid du rennest auch noch ja ja das ist rennen Achtung Fensterputzer Juni ich schaffs noch alles ok Achtung Fensterputzer ziemlich knapp wow was ist das jetzt für eine halfpipe einfach nach oben abschuss und 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 Also wenn du einmal stehst, das Ding ist ziemlich langsam. Du hast mich gut gefühlt damals. Alles gut. Achtung Kram. Oh Gott. So, ich muss jetzt hier, ich werde Hindernis sein auf der Strecke. Was sind denn jetzt für lustige Sprünge hier? Die Strecke können wir nicht mehr spielen. Nein, du schaffst den Sprung nicht mehr. Achtung. Anlauf holen. Muss halt Gas geben. Den, 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 hier. Die Kraf-Redator-Boost. Eine Apex, genau, Apex-Boost. Da ist der schwarze hier. Alter, ich werde immer langsamer. Voll langsam bist du gerade, Juli. Aber man kann das Auto-Redaktion gut wieder einfangen. Aber ich finde es schrecklich. Es gibt definitiv schlimme Raumes. Ja, aber ich finde es krustig. Ja, du kannst es echt gut wieder einfangen. Oh Gott, Entschuldigung. Ist halt langsam. Ich habe nichts Böses gedacht. Vielleicht noch mal schmerzt du dein Herz in Kraft. Doch, schön vor dem Sprung. Anne ist am Limit hier zuwider. Oh oh. Was? Ich habe dich überhaupt nicht berührt, mein Freund. Ja, aber es war super knapp. Mein Gehirn ist halt ein bisschen langsam. Und dann braucht das Gehirn noch eine Zeit, bis es mein Muskel gesagt wird. Dein Gehirn ist nur langsam. Okay. Ich sag doch gerade, es ist dann alles langsam. Nein, man schafft es nicht. 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 Woh, woh, woh. Woh, woh, woh. Woh, woh, woh. Wie richtig hat es die Hodder jetzt gleich, ey. War da gerade nicht wundig. Jetzt müssen wir mal lehren. Schlimmer fahren. Ja. Da war eine Wundig. Die Runde will ich haben. Juli. Ja. Und jetzt kommt noch ein Stunt, Hodder. Zieh dir das rein. Was ich alles drauf habe. Ich lande hier oben drauf. Oh, da ist die irgendwie da hängen geblieben, glaube ich. Oder ist das nicht? Oh, jetzt hier rückwärts. Oh, das hat Zeit gekostet. Da war Ficker. Warum bin ich so schnell? Ich weiß nicht, welcher Knopf das ist. L1. Du musst halt hoffen, dass er auf der richtigen Seite den Mittelfinger zeigt. Ja, den gib mir her. Ich weiß nicht mehr. Siehst du das? Oh, oh. Bin ich jetzt zu schraben, ihr Fieslinge? Hey, hallo. Was bremst du denn so? 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 Ja und? Was fällt dir ein zu bremsen, du Arzt? Wenn die anderen bremsen und du nicht, warum stehst du dann? Na verstehe ich mich. Hey, da hat ein Boost. Bin ich übrigens nice, was der Weltrekord ist. Doch 10 Sekunden. Hier, häng dich an meinen Arm. Hätte Sekunden gemacht. Ich bin am Motor hinten geradet. Dann fährst du mich wirklich hin. Oh nein. Alter. Lass dich neben mir fahren. Ich würde jetzt erstmal nur 10 Sekunden stehen bleiben, Hotter. Stopp. Oh, Anne. Anne wiggelt immer voll rum. Da hat man voll Angst da neben mir. Wiggle, wiggle. Ich schau nicht hin. Ich reit einfach vorne zurück. Ich versuch mein... Anne! Achtung jetzt. Du musst auffassen, dass Pain nicht auf Kraft, Alex. Ja. Der steht da vorne. Nur damit jeder schon mal Bescheid weiß. Das sieht ja interessant aus. Der Windschatten war einfach. Oh, oh, ich muss das Eis lenken. Der Sprung ist aber wirklich knapp. Ah, ne. Der ist runter gesprungen. Ja, weil Pain und ich bin. Hä? Der Sprung ist doch nicht knapp. Viel Platz hast du dann nicht? Du warst erster gewesen. Du warst langsamer. Ja. Ja. Ihr seid... Ich glaub fünf dabei. Ich hab bisschen Angst, der neben Kundra die ganze Zeit zu fahren, ey. Ich hab doch noch mal mit dem rumstehen. Zack. Zack. Ja, guck mal. Du siehst dich ab, ey. Tricks. Ja. Man schafft den Sprung nicht mehr. Oh, shit. Ich hab auch grad da zurückgesetzt und hab's geschafft. Nee, ich krieg's einfach nur rum. Wo bist du? Was? Anne, musst du auch zurücksetzen. Das Ding hat sich einfach so ein Spielzeug gehabt, doch. Ich hab's doch gerade gesagt. Ich hab den Sprung ohne zurücksetzen geschafft. Ja, ohne? Zurückgesetzt. Nee, das kann aber nicht sein. Nein, das kann nicht sein, Anne. Ja, manchmal ist es aber trotzdem so, dass manche Autos langsamer fahren. Random. Ja, aber warum? Hä? Das wär ultraschlechtes Design. Das ist doch immer schon so. Genau, das war doch schon oft so, dass irgendwie ein Auto auf einmal langsamer war als das andere. Weil der denkt, der zuerst hat es ist. Ah, ja, ja. Der frei. Und nur einmal Gas gegeben. Richtig. Richtig. Immer kurz vor Absprung haben wir gebremst, so. Ah, das ist mir ein bisschen gefährlich zu schnell da drüber. Wer ist das denn? Man lernt nie. Bitte. Ausschuldigung. Warte. Ausschuldigung. Alles gut. Wie viele Runden hast du dann eingestellt bei dem schnellen Rennen? 2, 2, 4. Gut da, bitte. Du musst dich bitte vorne überleben. Au, 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 au. Au, au, au. Au, au, au. Au, 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 au. Nein, darfst du nicht, Alter. Oh, fuck. Nein, nicht, ja. Aber das war doch nun, siehst du Kinder, auch bei 30 kmh kann Unfall schon tödlich, ey. Ja. Ja. Darum immer anschnallen. Deswegen anschnallen, ja. Und Platz machen. Hast du Rennen dann ausgemacht inzwischen? Ich muss die ganze Zeit zu machen. Wie denn im Verfahren? Ja. Alter. Wie Nils sagen würde, ja, das war für ein letztes Mal irgendwann. Ja? Ja? Das ist der Fall für Nils. Ich hoffe, wir haben noch einen 2006 da. Das ist wie bei Formel 1. Da kommen sich die Augen auch hin und wieder. Und da muss man halt dann... Oh! 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 Schon wieder! Ich wurde zweimal angegriffen. Aber in Formel 1 ist das normal. Hier ist es nicht so normal. Hier bist du in die Bahn reingefahren, Dalu. Äh, ja, ich bin ja gegen den Pömpel geflogen. Und bin dann abgefahren. Ich meinte auch nur wegen... Ich wusste nicht, ob du meinen Angriff gewährt hattest. Oh Gott. Du hast meinen Trinken. Ach da. Ich bin zu weit links. Ich wollte dich nicht treffen. Also ich hatte auch keine... Ja. Überholen. Ab ins Ziel. Bei dem sonst haben wir noch geschafft. Das ist aber gut. Das freut mich einfach. Das ist nett. Versuchen wir mal kurz das Runde. Das freut mich. Hey, muss noch eine ganze Runde fahren. Noch zwei. Schafft der Wurm es denn? Ich such den Weg. Hey, wo bist du denn? Bei mir ist ein schwarzer Bildschirm. Du hast einen Donut mit deinen Vorder- und Hinterreifen. Aber auf der linken Seite nur. Die Reifen sind du. Das war ja nur die erste der neuen Schwenken. Ich bin jetzt schon im Druck gerieben. Aber ich fand das Auto sehr schön. Ja, hab ich eigentlich gerammt Grundran oder... War das dein Neck? Ja. Ja. Ich konnte nicht mehr an dir vorbei. Ein Gruß. Sock. Wollte dich ins Ziel drehen. Brücker Brüte. Danke Alex. Das war bisher einfach für mich, gell? Julie mit der schnellsten Runde unter vier. Und für alle anderen Zuschauer. Oha. Ja, da wurde sie ins Ziel gerammt. Haltet euch fest. Unter vier Minuten. Das war ne starke Runde. Danke. Skill. Hashtag skills. Wenn die Bahn frei ist, geht alles. Once in a lifetime. Once upon a time. So, wie viel Kilometer? Drei. Fünf. Wiederholter. Da mit Monster Trucks mit Kollision. Ohne. Die Bewertung sagt schnell alles aus, glaube ich, oder? Die Bewertung ist aber immer einfach negativ. Weil die Leute, wenn sie nicht gewinnen, einfach dislike. Das machen wir doch auch. So, grün habt ihr gesagt, ne? Grün darfst... Hier, grün. Ja, bei Rose darfst du durchfahren. Da nimmt dir keiner was übel. Rose hat Durchfahrt. Also wir. Rose hat Durchfahrt. Ich wollte Durchfahrt sagen. Ich wollte aber Vorfahrt sagen. Durchfall. So, ich bin jetzt Bienen. Rückfallzieher, ne? Oder wie war das? Rückfallzieher Empfehler. Boah, es geht Blau gegen Rot. Welches Team seid ihr? Mario. Ich bin dann Team Blau, ey. Rot gewinnt immer, glaube ich. Team Blau gewinnt. Los! Was ist mit den Schwaben? Teilt euch auf. Ja, du... Achso, du bist auch Team Blau. Team Blau. Okay, ich geh auch Blau. Jetzt check ich doch was gemeint. Ich dachte auch in Frage. Das hab ich auch. Ja, ne? Oh, Gott. Hier gibt's viel mehr Action hier. Warum sind wir... Hey, ist uns auf Kumpen gelandet, also... Warum sind wir so viele bei Team Blau? Wir passen zur EM. Team Rot und 4 mehr Platz. Es ist die BM. Die EM weiter. Die BM? Äh, die BM. Heiß Liga. Heiß Liga. Böste Liga. Heiß Liga. Ich geh einfach nur los. Ich fahr extra noch zur Seite. Okay, kaputzt du das. Ey, ich bin auch wo. Ich fahr extra dann links, dass du da durchkommst. Holy shit. Da kommen die anderen. Ich fahr'n. Rechner? Leute. Ich fahr'n. Jaaaaaaah. Wer kriegt den Anstöß? Oh Gott. Stimmt, man hätte den Ball schießen müssen. Aufm Rückweg. Aufm Rückweg. Aufm Rückweg. Gehen wir auf den Ball. Boah, warst du zur WM? Krass. Da. Jawoll, man muss eh zum Ball. Wir haben Anstoß, Jungs. Schieß. Los, los, los. Mitnimm, mitnimm. Jaaaa. Noch einer. Ich bin dran, ich bin dran. Ich hab' ihn. Ich seh' nicht. 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 Das wäre lustig, wenn er hochzählt auch. Hey, das ist total genial, weil wenn die Folge rauskommt, ist doch das Deutschlandspiel, oder? Ja, da hab ich schon längst raus. Ich glaube, da ist die WM vorbei, oder? Nein. Oh, war das knapp. Die EM. Die EM ist dann vorbei. Oh Gott. Die EM ist dann lange vorbei. Oh Gott. Ist das nicht am Samstag? Nein. Die Folge kommt in zwei Jahren. Zum nächsten Weg. So, wir spielen nächste Mal nicht mit. Ich bin jetzt Zehnter deswegen, weil der Ball echt massiv ist. Moment, wieso bist du denn auch mit? Weil ich geh schon mal hin. Nein. Du bist am Ball gestorben? Nein. Ich bin durchs Tor gesprungen. Das war zu weit. Also, Rote Karte. Rote Karte für Kapünze. Ich hab das Tor gemacht. Ist das hier richtig, wo wir hier sind? Nein, nein, nein. Ich hab mich nur angeschoben. Wow. Ich. Okay. Meine Motorhaube hat den Ball geschoben. Nicht da hin. Stehe. Oh, Alex. Chill. Oh, jetzt treffen wir uns gleich wieder. Wo ist der Ball? Dahinten kommt er gleich wieder. Ja, hier ist der Start, oder? Wechsel. Jetzt muss er uns aber ein bisschen aufteilen, ne? Ja, jetzt aufteilen, Leute. Okay. Gott. Schau. Blau. Komm. Jetzt kommt keiner mehr. Blau. 2 bis jetzt blau und 4 rot. Ist der Ball resettet? Okay, jetzt sind 4, 4 ist jetzt. Das war kack. Ich geh jetzt. 4, 4. Da, da liegt der Ball. Wir haben Abstoß. Scheiße. Rot muss den als erstes. Rot hat Abstoß. Rot. Hecke. Wo liegt der Ball denn? Ach Gott. Es liegt im Abschluss. Im oberen rechten Strafraum. Nein, guck mal. Du musst gerade. Ja, da. Ja, nein. Jetzt ist gut. Okay, wir müssen da schnell hin. Wir müssen da schnell hin. Wir müssen den holen. Das ist sowas wie ein oberer Rechner. Boah, Alex. Hab dich. Leg mich gerade. Nice. Schnell, wo ist der Ball? Nein, der ist da rechts. Erstmal treffen wir uns jetzt. Rechts fahren. Immer rechts fahren, Leute. Rechts fahren. In Deutschland. Ja, das ist sonst ein Foul hier. Los, foult sie! So, jetzt habt ihr den Ball zuerst. Lass mich mal entspannen, sie auf den reinkriegt. Oh Gott, du musst. Ja, wo ist er? Direkt, wenn er rauskommt. So, auf geht's. Spiel ist eröffnet. Oh Gott. Angriff. Da muss einer. Ja. Oh, drüber gelopft. Oh, drüber gelopft. Ich hab ihn, Leute. Ich hab ihn. Nein, Mann. Oh. Wieso haben wir keinen Sprung out? Das wär viel geiler jetzt gewesen. Muss ich die Sanität sein? Los, Aldous, mach ihn rein! Nein! Kommt noch einer? Hanne! Was machst du nur dann hier, du Fiesling, wenn du anderes Team bist? Dann fährst du doch jetzt auch rot. Hä? Ich bin da. Ich hab ein bisschen mit dir beigekämpft. Ja, ich war auch rot. Ja, in der ersten Runde war ich blau. Ich bin dann auch rot gegangen. Ja, ich kann auch. Wir wechseln immer die Seiten. Oh, I am super! Oh, ande, boah. Oh, ande, boah. Oh, my god. Schade! Es ist Julien und Adel! Aber denn was ist doch voll! Häääääh? Hääähr? Häääh? Alter! Häh? Was machen die dann? Oh, keine Ahnung was sie da machen... Hälte! Ähm... Guck das was sie da machen... ...Wat? Wer sieht denn jetzt Hackman? Ich flieg einfach komplett nach rechts... War ein Hackman? Nicht mehr werbefreundlich, was sie da machen Das ist nur das so, erzähl dich langsam als... ja genau ein spiel wo man mit fußball und autos so versucht uns zu schießen mit raketenantrieb das ist ein ganz neues spiel glaube ich lasst uns schnell das programmieren ich habe einen prototyp gebastelt das tut das jetzt copyright probleme geben nein nein ich habe den namen vom spiel vorbeigefahren völlig neues konzept für berge vielleicht geht es aber ein vogel vor dem fenster kapuze wenn euch der part gefallen lasst gleich schon mal vorbei und